Hallo liebe Zuschauer, es ist wieder Call of Duty Black Ops 2 Bobmatch Zeit und wir legen sofort mit dem ersten Wunsch los. Der sieht vor, dass wir mit der M8A1 spielen, dazu Reflexvisier, Feuermodus und justierbarer Schaft, als Sekundärwaffe die B23R und dazu Hardliner, Plünderer, Extrembedingungen und Kampfachst. Als Punkteserien werde ich Tarnhelikopter, Lodestar und VTOL Einheit nehmen. Die Hundestaffel aus der letzten Folge ist nicht vergessen, die kommt in der zweiten Hälfte dieser Folge dran, versprochen. Wir spielen Abschluss bestätigt auf Carrier und bevor es jetzt wieder heißt, der spielt nur Team Deathmatch und Abschluss bestätigt, keine Sorge, in der zweiten Hälfte spiele ich mal einen anderen Modus zur Abwechslung. Also, let's go! Wer meine Videos schon ein bisschen besser kennt, der weiß, wie sehr ich immer auf diese Map hier abkotze. Ja, zu Recht, ich habe schon wieder einen Schuss in die Fresse bekommen von irgendwo. Oh, wenn ich die jetzt aufsammeln könnte, das wäre richtig nice. Jupp, jupp und jupp. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Einstieg. So. Ja, ich versuche mal zu erklären, falls ich es nicht schon getan habe, warum ich diese Map so scheiße finde. Und das Ding an der ist einfach, die ist so, obwohl sie eigentlich so offen ist, weil sie einfach nur die Oberfläche von diesem scheiß Flugzeugträger ist, ist sie so mördermäßig verwinkelt, dass einfach alles zu spät ist. Du läufst dann da rum und auf einmal schießt es von irgendwo auf dich. Am besten noch irgend so ein Camper, der unter irgendeinem Flugzeug liegt. Das kann ich bei Gelegenheit auch mal zeigen, wo die Leute hier zum Teil rumliegen. Ähm... Ja, und es gibt so gut wie keine wirklich richtig geschaltete Deckung. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Camperversteck, sondern schon so einfach mal hinter irgendwas ducken und dann drüber schießen. Oh, ich kletter schon wieder. Ja, das wird noch mein Tod sein, dass dieser Typ jedes Mal klettert, statt runter zu springen. Die bestätige ich lieber selbst. Dankeschön. So, jetzt... Wunderbar. Damit wären die Abschussserien schon voll. Ich habe eigentlich noch gemutmaßt, dass es überhaupt nichts wird, weil ich diese Map so scheiße finde. Aber ist ja alles wunderbar und ich sterbe jetzt. Nein. Bäm. Ich überlege nur gerade, wo ich meinen Arsch mal hin platzieren könnte, damit ich nicht reingeschossen bekomme, während ich die Abschussserie steuere. Äh... Ach, ich weiß was. Ich weiß was. So, weiter, 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 weiter. Boah, jetzt kriege ich schon einen aufs Maul. Boah, ich habe mal nicht. Süß. Und jetzt werde ich doch gekillt. Nein. Alter, sind die gerade scheiße, oder was? Wow. Jetzt gehen wir hier lang und... Ach, die spawnen hier gerade. Ja, toll. Ich bleibe jetzt trotzdem hier. Und wir machen ein bisschen geile Loadstar-Action. Bäm. Ich hoffe einfach mal, dass meine Kollegen ein bisschen auf die Idee kommen, die Scheiße auch aufzusammeln. Wo ist die Granate bitte hingeflogen jetzt? Ha. Bumm. Und... Bumm. Und gleich noch ein. Zack. Das läuft doch ganz gut. Oh, der hat doch noch so eine scheiße Weste truf. Aber den habe ich noch getroffen? Jawohl. Und gleich ein hinterher. Diese Raketen müssen ungefähr 0,0 Milligramm an Sprengstoff drin haben. Die haben mir überhaupt nichts gebracht jetzt. So, hier frisst das und das. Bitteschön. Ich habe übrigens festgestellt, wie assi das ist, mit diesem Ding hier zu spielen, wenn man die Empfindlichkeitssau hochgedreht hat. Weil das immer noch ein bisschen empfindlicher ist, oder zumindest kommt es mir so vor, als die... Also als die Steuerung von dem Soldaten an sich. Und, äh, wie übel es dann hin und her wackelt, wenn du den Stick nur ein bisschen bewegst, ist echt nicht mehr feierlich. Haha. Das ist so richtig übles Spawn-Getrappe gerade. Jetzt haben wir hier noch den tollen Heli, aber der ist nicht verfügbar. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber. Jetzt vielleicht. Jetzt verpiss dich doch mal, du scheiß Flugzeugding. So, jetzt ist er verfügbar. Bitteschön. Ich versuche jetzt auch mal irgendwas mit der Kampfachs zu reißen. Das wird zwar eh nix, aber. Alter. Sag ich doch. Ein voller Erfolg. Jawohl, und dann wurde er mir geklaut. Danke, du Pimmel. Na komm, platze. Hinter mir kommt gerade die Sonne durchs Fenster und ich erkenne auf dem Bildschirm kaum noch was, weil das so krass spiegelt gerade. Ich bin der Frühling, ich muss ausgerechnet jetzt kommen. So, aufsammeln. Aufsammeln, aufsammeln. Und da hat er auf einmal Kleber an den Händen und lässt dieses scheiß Ding nicht fliegen. Jawohl. Der war doch mal gar nicht so hässlich, der Kill. Jetzt ist nur wieder die Frage, wie mache ich das mit den Abschussserien? Ich lasse es jetzt drauf ankommen und gehe hier auf das geile Pornosofa. Das wird 100% nix, aber das ist mir jetzt egal. Wir sind Raketen, wir funktionieren nicht. Da ist schon einer bei mir und will mich umlegen. Ich bin übrigens der Meinung, die hätten einfach VTOL Abschuss hinschreiben können. VTOL Einheit, ich meine. Ich weiß, was ich gerade steuere. Bam, bam, ihr seid weg. Und du auch. Und du sowieso, weil du rot leuchtest. Oh, da hinten geht's runter. Diese Raketen einfach wirklich nur was bringen, wenn du die den Leuten direkt in den Hals schiebst. Go jetzt. Okay, und weiter geht's gleich mit dem Loadstar. Da sehen wir noch mal eine geile Einheit. Wie sie fett abschmiert. Und zack. Oh, schade. Da war ich zu langsam. Oh, komm, das hätte auch ein Vierer werden können. Oder zumindest ein Dreier. Und ich bin wieder weg. Aber ich lebe noch. Das ist schon mal ziemlich geil. Und jetzt bin ich gleich tot. Nein. Oder doch. Nein. Doch. Aber ich hab mir den Heli wieder verdient. Das ist schön. Wie einfach die Kills ins Unermessliche hochsteigen, wenn du hier mit diesen geilen Abschussserien ankommst. So, hier gibt's ein paar Marken. Das gefällt mir. Das ist ein paar Marken. Kein Abschuss. Abschuss bestätigt. Hier ist gerade überhaupt nichts los. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber. Ich wette, gleich geht's hier wieder richtig rund. Ah. Da geh ich jetzt nicht hoch. Keine Lust. Oder doch. Na komm. Oh, bitte nicht. Nicht auf mich schießen. Wenn ich jetzt dabei verreckt wäre, darunter zu springen, das wäre, glaube ich, der Lacher der Folge gewesen. Boah, boah, boah. Habe ich keinen Plünderer dabei? Doch, habe ich doch. Zack, zack. Alter, ich habe aus der Entfernung daneben geworfen. Wenn ich nicht schon eine Brille hätte, würde ich mich spätestens jetzt eine verschreiben lassen. Wobei ich der Meinung bin, ich habe getroffen. Aber das ist ja sowieso die 0815 Call of Duty Ausrede. Ich habe doch genau drauf geschossen. Äh. In Abschuss bestätigt. Boah. Okay, das war nichts. Alter, da kommen sie von allen Seiten. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe bei dieser Map. In Abschuss verwehrt. Ich bin halt einfach mit diesem Wurf-Axt-Ding noch nicht so der Mega-Spontan-Killer. Von wegen ganz kurz draufgedrückt und sofort getroffen. Ich muss da meistens noch einen Moment zielen. Und werfe dann daneben. Alter. Voll dem Matrix-Style. Boah, der war scheiße. Das war jetzt meine eigene Schuld. Da wollte ich nur noch ein bisschen zur Seite justieren und habe dann ein Mörder-Bunny-Hop gemacht. Nein, Granate. Und tot. Oh, können wir nicht mal die Marken aufsammeln? Die Runde könnte schon seit einer halben Stunde zu Ende sein. Hab dich. Penner. So, gefällt mir das schon eher. Jetzt läuft auch gerade die Zeit der Runde aus. Also alles safe. Leute mal stehen. Wow. Oh, da kommen sie wieder alle auf einmal. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit diesem Scheißding? Wäre das nicht schön gewesen, wenn ich jetzt noch einen getroffen hätte? Aber es hat nicht sollen sein. Naja, egal. Schauen wir uns den letzten Kill an. Ja man, triff ihn. Bäm. In die Schulter. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mit Wunsch Nummer 2 weiter mit einem Modus, der nicht Team Deathmatch oder Abschluss bestätigt ist. Und eine Abschussserie, die aussieht wie eine Hundestaffel. Und um genau zu sein, sieht die Abschussserie nämlich so aus. Ich hab jetzt einfach noch den Wächter und den AGR mit reingepackt. Dann wie gesagt die Hundestaffel. Wir spielen nämlich Sprengkommando auf Stand-Off, weil ich finde, dass dieser Modus auf dieser Map einfach total rockt. Dazu gibt's die MP7, die von einem User gewünscht wurde und die 5.7, die von einem anderen User gewünscht wurde. Ich hab noch ein paar Sachen mit eingebaut. Und wir fangen an. Let's go! Und ich musste mich jetzt mal anders hinsetzen, weil mir einfach die Beine gerade total wehgetan haben von diesem 2 Stunden Schneidersitz. Und ich bin gerade froh, dass ich keine Facecam oder so anhabe, weil es sieht aus, als würde ich aufs Bett kacken. Na dann, schauen wir doch mal, ob wir sofort das erste Ziel einnehmen können. Da ist niemand. Dann versuchen wir's. Na los, na los, na los. Und ich verrecke, weil mir mal wieder keine Sau den Arsch frei halten kann. Gott hasse ich diese Penner manchmal. 5.7 Zeit. Schade, nix getroffen. Hätte ja sein können. Und noch ein Versuch. Das gibt's doch nicht jedes Mal von der Seite. Und jedes Mal rennen meine blöden Penner da rum, als wär nix. Nächstes Mal zocke ich alleine, ey. Da oben ist er doch. Knall ihn doch weg, du Hammel. So, nochmal der ganze Spaß. Mal gucken, wer mich jetzt abknallt. Oh, es hat funktioniert. So, da ist keiner. Da kommt grad einer. Den haben wir. Der Rechter ist einsatzbereit. Ja. Hat der mir grad den Arsch aufgerissen. Kurze Pause. Ha. Damit hast du nicht gerechnet. So, kurz hoch hier. Nur um mir sicher zu sein, dass mir die Bombe jetzt nicht den Hintern weg sprengt. Wunderbar. Damit hätten wir auch den AGR. Das ist mir jetzt grad zu riskant, sorry. Stattdessen, stattdessen, machen wir einen coolen Wurf hier rüber. Und schauen doch mal, was unser AGR jetzt für unsere lieben Kumpels da bereithält. Und weg hier. Da kam irgendwas angeflogen, was mir nicht gefällt. Eine Rauchgranate. Das ist natürlich scheiße jetzt. So, und jetzt macht der AGR mir hier fleißig Punkte. Das gefällt mir gut. Oh, leck mir doch die Eier. Ach Gott, ey. Ja, verpiss dich. Ey. Ey. Bitte sterben sie. Oh, toll. Ich bin ein AGR. Ich renne genau darum, wo du mich überhaupt nicht brauchen kannst. Na, dann spielen wir das Ganze mal ein bisschen wie Team Deathmatch. Ist mir nämlich jetzt grad mal egal. Wer er hat noch statt. Gibt's hier oben auch einen. Und damit hätten wir das Ziel zerstört. Da hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, einer erledigt. Ja gut. Einen Gegner von hinten weg zu ballern, ist glaube ich nicht die größte Kunst. Jetzt muss ich's nur irgendwie bewerkstelligen, dass ich in der zweiten Halbzeit auf die Hunde komme. Sprengkommando. Versuchen wir's einfach. Ich werd jetzt erstmal den Wächter holen. Damit verteidigen wir dann B. Oder A oder B. Mir egal. A ist vielleicht besser. Schmeißen wir doch mal ein C4. Das war nutzlos. Hier gibt's offenbar einen Gegner. Da oben. Und damit hätten wir dann auch... Ach, ihr seid doch echt zu nichts zu gebrauchen, Jungs. Erstmal fünf Sekunden nicht da. Bitteschön. Jetzt entschärft die Scheiße auch. Na, kommt schon. Ihr wollt doch hier ne Bombe legen oder so, hab ich gehört. Du bist ein Dreckspenner, ehrlich. Ich hab die Punkte viel nötiger. Ja. So, und wieder weg hier, bevor ich sterbe. Geh mir aus dem Weg, ehrlich. Geh mir bloß aus dem Weg. Da war einer. Da war einer. Um den haben wir uns aber gekümmert. Jetzt krieg ich ne geile SMS. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Und ja, wahrscheinlich hört ihr es ab und zu ein bisschen laut klackern. Aber ich meine, ich zocke halt auf nem Controller und ich hammer die Buttons. Also lasst mich. Ich klackere gerne. Oh Gott, ey. Jetzt will ich endlich die Scheißpunkte zusammen haben. Seriously. Und zwar bitte innerhalb der nächsten 46 Sekunden. Sonst raste ich hier aus. Ja. Ja. Da hinten ist einer. Und damit hätten wir die Hunde. Wunderbar. Es hat noch gereicht. Und jetzt können wir geil auf Jagd gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass uns einer umlegt. Fall doch jetzt mal um. Geht doch. Oh, da kam eine geile Granate. Die war ziemlich knapp, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr den zu zweit nicht geplättet hättet. Das reimt sich. Alter, wer schießt? Wunderbar. Da hat der Hund den letzten Kill gemacht. Dann hat sich ja alles nochmal zum Guten gewendet. Und ich habe noch den Fehler der letzten Folge ausgeglichen. Los, fass. Bäm. Voll die Kopnuss. Yeah. Richtig geile Scheiße. Okay, super. Dann hätte alles genauso geklappt, wie ich es wollte. Ohne, dass ich die Folge jetzt irgendwie 30 Mal neu starten musste oder so. Dann bedanke ich mich wie immer für euch. Gar nicht wahr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. So rum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.